Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde The Culling, gemeinsam mit dem Midnight. Einen wunderschönen guten Abend. Ja so, wollen wir doch mal schauen, wie es heute so läuft. Wo bist du? Hier unter dem kleinen Gebäude, hier dem Radio Tower. Ah, alles klar. Okay, ich bin am Haus am See. Am Ende der Stadt bin ich Haus am See. Sind die Orangenbaum-Bäume da, oder? Bitte? Sind die Orangenbaum-Bäume da? Okay, das liegt nicht von Peter Fox. Ah, äh, ja, jetzt, alles klar. Jetzt, klick es nicht. Oh, guck mal, ein Rucksack. Den nehme ich. Hier, ich hab's diesen ersten. Deine Üblings-Waffe. Ah, ich hab auch schon welche. Wer noch gleich platziert. Da drinnen kämpfen welche. Aber das war nicht der, der gestorben ist. Das könnte der, der gestorben ist, gewesen sein. Ich planten meine Snairs und dann komme ich zu dir da. Läufst du gerade über die Brücke? Ja, ja. Alter. Was soll denn passieren? Einiges. Ach. Was? Ach so. Der hat volles Leben? Ja, der hat volles Leben. Guck mal, Knuckles. Hau ihn. Ich bin auf dem Weg. Ich mach' einen auf Silence. Da hab' ich ihm ins Gesicht geschlagen. Und jetzt? Ich seh' nix. Ich auch nicht, aber ich lau' ich hau' gerade Bild um mich. Der hat halt schnell laufen drin. Haar, das ist breite. Komm schon. Das war nix. Nicht so ganz. Der hat noch ein HP. Kein Spaß jetzt. Jetzt hab' ich dann deine Waffe aufgehoben. Ich hab's gemerkt. So'n Scheiß, ey. Der hat ein HP. Aber wenn du den jetzt triffst, ne? Oh, ich glaub' das war relativ... Ja, geht. Heb' du mal wieder deine Waffe auf. Was, ich? Ne, okay, ich mach' schon. Mach' mal bitte. Ich bin andersrum gelaufen. Ja, ich seh' schon. Wo ist er eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin ja immer noch der Ansicht, dass wenn man, ähm, diese Dinger einschmeißt. Wie heißt das? Explosive Runs. Müsste's... Kennst du dieses Miep-Miep von dem Comic? Das fehlt noch. Ist der echt weggekommen? Ja, ja, der ist da lang. Aber ich brauch' mal meine Waffe, weil sein Freund ist da. So, ich stell' hier mal ein paar Snairs noch hin. Mach' mal. Äh, warte mal. Pass auf, ich zeig' dir... Ja. Schau' mir mal zwei dann, wenn du durch bist. Dann zeig' ich dir mal einen Arschloch-Trick. Das funktioniert nur bei dieser alten Meppe. Dann gehst du hier hin. Und hier. So. Man kann die auch noch ein bisschen besser setzen. Und zwar... Ja, so. Ah, Mist. Ja, aber ein bisschen sieht man es nicht, aber ganz schlecht. Man kann die da drunter setzen. Okay. Ist natürlich total allis. Ja. Ja. Jetzt haben wir so etwa gar nichts. Ja. Ist total toll. Ja. Hier war auch schon eine. Natürlich. War der die Toiletten mit mir? Ja, nicht. Und da kommt das. Immerhin. Nicht gerade überfahren. Gehen wir zum Airport, würde ich sagen? Mal gucken, ob da noch was ist. Ja, ja. Wir sind ja jetzt ein bisschen... Ein bisschen under-equipped, sagst du? Ein bisschen. Wir werden getrackt. Schätzchen. Du, was war denn das? Du wolltest doch hier jetzt nicht irgendwas hinlegen. Oh, ich muss mal kurz den Bogen aufheben. Ähm. Hat der geblockt? Hat der echt geblockt? Nee, hau ihn mal ruhig um. Achso, warte. Ich schubz ihn. Lass ihn noch. Der hinten ist er. Ja, ja, er ist hier. Er rennt zum Verkaufsautomaten. Bleib doch mal stehen, er will dich töten. Danke. Lol. Über deinen Kopf mit den Knuckles. Ich brauche nämlich nicht mehr Funk. Warte, ich habe einen Rucksack für dich. Ja, vor allem habe ich mich damit geheilt gerade. Das war ganz gut. Ja, ja. Hier ist noch ein Man-Tracker. 20. Ich brauche nur noch 5 Funk. Ich brauche ihn noch. 5, das finden wir hier. Ich muss einfach nur in das Gebäude hier neben gehen. Achso. Das ist eine Idee. Oh, wir haben prinzipiell schon Finale. Nö. Da ist jemand hinter mir. Braust du Hilfe? Ja. Für so ein Team? Weil ich habe immer noch nur beschissen. Ich habe meinen gecraftet. Er ist durch die Spikes gelaufen, der Horst. Da kotzt er sich aus. Da ist er geblockt. Ist er geblockt? Nein! Hör auf, mich zu blocken, du. Ich schub's hier mal und dann haust du ihn. Ah! Nein! Das habe ich nicht so weiter. Weiter, nein. Okay. Ähm, der andere Halt sich gerade. Ja. Schön, hör mal auf, dich zu heilen. Danke. Was? Oh shit. Ich bin sofort da. Warte. Ich habe versehentlich die Pfeilen genommen anstatt. Da kommt noch wer. Ja. Hi. Hör auf mit dem Scheiß. Und Quatsch, bring dich um. Schön. Jetzt bist du auch wieder vorne. Der andere ist doch gerade reingegangen. Warte mal, der hat eine Claymore. Nicht reingehen. Ja, ja. Ja, wenn du dich büpfst, oder so, dann geht das. Warte. Willst du da gerade drauf schießen? Ja. Was zum... Ach, das waren... Ach, das waren... Wärst du sofort nicht... Vorsicht, der hat Run-Speed. Der hat immer noch Run-Speed. Aber... Warte, warum ist denn... Hau ihn mal um. Ich laufe so lange weg. Jetzt habe ich... Ich habe eine Waffe an ihm vorbeigehoben. Ich hätte eine Bandage für dich. Das wäre total supi. Haben die ganzen Leute hier nur für Waffen. Wie sieht es eigentlich aus? Ich glaube, es lebt noch... Ne, zwei Einzelne an dem. Nimmst du den AirDrop? Ja, ich nehme mal eben den AirDrop hier. Ah, Mist. Na, ich habe hier noch was für dich. Für mich? Ja. Okay, danke. Ich muss mich hier erst mal... Ja, ja. ... jetzt zusammensetzen. Nehmen den da links, ja? Weil der auf der anderen Seite ist schon... ...gecrawlt. Ja. Ja. Okay, kommt. Den fange ich. Den fange ich. Ähm, 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 ähm. Au. Das hört sich so fies an. Das hört sich auf fies an. Ich warte auf den Moment, in dem sie da einen Stealth-Patch reinpacken, in dem der Schaden macht. Ja. Einfach so ohne irgendwas zu sagen, einfach, ja, tötet dich einfach, oder so. Je nach Höhe. Lol, jetzt haben die, die beiden Einzelnen haben sich getötet, was ist da denn kaputt? Na, das ist ja wohl der dümmste, was du machen kannst. Ja. Also, ich wink dann immer, wie so ein Pinguin die ganze Zeit. Ja, richtig. Nicht angehalten. Nicht angehalten. Die meisten checken es nicht, aber... Wir können den eigentlich suchen. Oder? Wollen wir hingehen? Ja, warte. Zack. Okay, komm. Gehen wir nochmal kurz. Kommen wir hin und... Ist du Regenerator drin? Ja. Ah. Ja, ich finde so viel praktisches gibt es ja nicht mehr. Ach so, ich muss ja hier nochmal ganz kurz... Äh, wir spielen mit Bowie Knife, Airdrop, Mastercrafter, Kannibalismus und den Backstep Damage. Perk? Wer wird immer ständig nachgefragt. Ja. Ich bin immer zu faul, deswegen, bei mir haben es die Zuschauer schon aufgegeben. Sehr gut. Ich... Das ist Routine, weil ich... Jede... Regenerator, Kannibale und ich habe sogar hier Eiche Mist drin, aber... Ah. Oh, komm, mir mehr. 30% ist jetzt nicht mehr so... Das ist wie irgendwie vor uns. Sie können ja auch noch den Random Airdrop holen. Äh, nee. Ach stimmt, du hattest mir ja eine Armbrust hingeschmissen. Hast du die mitgenommen, oder? Ich habe einen gecrafteten Wogen. Gut. Der rennt weg. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt eine C4-Falle irgendwo. Weißt du, so drei Stück nebeneinander. Und sprengt uns beide weg. Ich meine, ich habe ja Run-Speed, aber... Habe ich auch. Einwerfen? Na dann, komm. Auf geht's. Da vorne ist er doch. Ah. Er wird... Run-Speed, glaube ich. Wir kommen dem nicht nicht näher. Na, das ist aber vor uns eingeworfen. Ich laufe links rum. Okay. Habe ich... Ach, vielleicht habe ich ja Glück und meine Snares funktionieren, ne? Ach, der hatte nicht volles Leben. Wow. Warte, ich wollte ihn erschießen. Ja, ich wusste nicht, wer die Waffe hat. Oh, 561 Schaden. Ich habe zwei. Äh, vier. Ach ja, wir könnten ja... Mir wurde jetzt erzählt... Ach, naja. Wenn ich richtig sehen, tue ich Squadbot aber nicht. Palme. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Schaut auch beim Midnight vorbei. Und wir sehen uns in einer neuen Runde wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.